In unserem heutigen Video zeige ich euch diesen Auto 360 Grad Face Tracking Gimbal, mit dem ihr eure Bewegung von eurer Smartphone Aufnahme nahtlos 360 Grad verfolgen könnt. Gerade wenn ihr also auf Instagram und TikTok unterwegs seid, ist sowas hier wirklich ein richtig gutes Werkzeug, denn ihr könnt damit eure ganzen Bewegungen verfolgen und eure Aufnahmen dadurch einfach auch dynamischer wirken lassen. Dieses Gerät hier kostet zwischen 20 bis 25 Euro und was es so kann, das zeige ich euch in diesem Video. Und damit auch herzlich willkommen zu diesem Video vom 360 Grad Face Tracking Gimbal. Ihr könnt also hier in dieses Gerät euer Smartphone einspannen. Es ist auch vollkommen egal, ob das ein kleines Smartphone ist oder ein großes Smartphone, denn ihr habt hier oben eine breite Spannweite. Die Spannweite beträgt nämlich zwischen 40 bis 80 Millimeter, also egal ob ihr ein kleines oder ein größeres Smartphone habt, ihr könnt es hier oben einspannen. Ihr könnt also auch Smartphones über 6,5 Zoll hier oben in diesen Spanner reinmachen. Gar kein Problem, das wird sicher und fest gehalten. Das also gleich mal vorweg. Ihr könnt auch im Übrigen hier die Position einstellen, also egal ob Hochkant oder eben auch in Square Format. Beides könnt ihr hier verwenden und ebenfalls könnt ihr auch die Neigung einstellen. Also ihr habt hier hinten direkt diese Klammer, wo ihr das dann eben auch direkt so einstellen könnt. Und das Ganze ist auch wirklich sehr gut von der Verarbeitung. Klar, komplett Kunststoff, aber es macht einen stabilen Eindruck, ohne dass euch da jetzt irgendwas abbricht. Ansonsten schauen wir uns diesen Auto-Face-Facking-Dümmel nochmal etwas genauer an. Also oben haben wir diese Halterung, wie ich euch eben schon gezeigt habe. Ihr könnt da kleine und große Smartphones einspannen, die sitzen sehr gut. Ansonsten haben wir weiter unten natürlich die Kamera, wo wir dann auch die Position dieser Kamera einstellen können. Also diese Kamera nimmt euch nicht auf in dem Sinne, sondern sie verfolgt euch nur. Aufnehmen tut ihr natürlich mit eurem Smartphone. Deswegen hier oben das Smartphone rein spannen, Aufnahme starten und diese Kamera trackt im Prinzip nur eure Bewegung. Von daher, da wo ihr lang lauft, danach richtet sich dann diese Kamera. Dort könnt ihr also die Kameraposition auch einstellen. Egal, ob ihr also stehend seid, dann macht ihr die Kamera nach oben. Oder ob ihr auch sitzt, dann könnt ihr die Kamera direkt auf euch ausrichten. Das ist also hier möglich. Über der Kamera ist im Übrigen auch noch eine kleine LED zu finden, die euch dann anzeigt, dass eben dieses Tracking stattfindet. Beziehungsweise, dass ihr das Gerät eingeschalten habt. Und ansonsten haben wir auf der linken Seite von diesem Face-Ring-Gimbal noch einen USB-Typ-C-Aufladeanschluss, damit ihr den Akku aufladen könnt. Das ist ein 1200 mAh Akku, der dazu in der Lage ist, dieses Gimbal 5 Stunden lang zu betreiben. Ansonsten steht dieses Gimbal natürlich auf einem Standfuß. Von daher habt ihr auch gleich so eine Art kleines, stabiles Stativ, was natürlich auch wichtig ist für verwackelungsfreie Aufnahmen. Von daher, das könnt ihr aber auch abmachen und könnt auch dieses Gimbal ganz normal auf ein großes Stativ schrauben. Denn ihr habt hier einen ganz normalen Anschluss unten, wo ihr das dann auch auf größere Stativanschlüsse aufschrauben könnt. Also das ist natürlich auch möglich. Der Motor von diesem Gimbal sitzt nämlich weiter unten drin. Von daher ist es nicht mit diesem Standfuß gekoppelt, sondern davon unabhängig. Ihr habt oben am Gimbal einen Ein- und Ausschalter, den einfach länger gedrückt halten. Dann könnt ihr eben auch dieses Gimbal einschalten und es wird dann auch direkt die Bewegung verfolgt. Das ist also sehr, sehr einfach. Von daher einfach Smartphone einspannen und los geht's auch schon, wenn ihr die Aufnahme gestartet habt. Im Übrigen verfügt dieses Gimbal auch über eine Gestenkontrolle. Also ihr könnt theoretisch während der Aufnahme dem Gimbal sagen, es soll stoppen, es soll sich jetzt nicht bewegen. Dafür macht ihr einfach diese Handbewegung nach oben, also so die Hand nach oben, komplett geschlossen und in dieses Gimbal hineinzeigen. Und wenn jetzt dann wieder weitergehen soll, wenn ihr die Bewegung weiter verfolgen wollt, macht ihr einfach diese Bewegung. Dann weiß das Gimbal, okay, es soll weitergehen. Das funktioniert in aller Regel auch relativ zuverlässig. Aber dennoch muss man sagen, es gibt auch immer ein paar Aussetzer, dass es eben diese Bewegung nicht wirklich erkennt. Diese Bewegung wird immer erkannt, aber diese Bewegung, dass es weitergehen soll, nicht immer. Wichtig ist dabei, dass ihr eben wirklich vor einer weißen Wand oder ähnliches steht, dass diese Bewegung auch gut erkannt werden kann. Wenn ihr also diese Bewegung vor euch zeigt, vor ganz verschiedenen Farben und das Gimbal gar nicht erkennt, dass ihr im Prinzip diese Hand mit diesem Loch hier macht, dann weiß es eben nicht, dass es weitergehen soll. Von daher wirklich darauf achten, dass ihr dann eben vor einer Wand steht, dass es eben gut erkannt wird und dann kann eben auch das Tracking weitergehen. Von daher trotzdem eine tolle Sache, dass sowas eben auch bei einem 20 Euro Gerät funktioniert, dass man da eben auch eine Gestenkontrolle hat. Das gibt von mir auf jeden Fall schon mal einen Pluspunkt. Und auch weiterhin ist die Bedienung von dem Gimbal natürlich erdenklich einfach. Also ihr müsst das Gerät nur einspannen, einschalten und los kann es gehen, sofern ihr dann hier eben die richtige Position, also sitzend oder stehend, eingeschalten habt. Das ist auch kein Problem, falls das Gimbal euch mal nicht tracken sollte. Also ihr vielleicht aus dem Bewegungsbereich herausgeht, dann drückt ihr einfach nochmal kurz auf diesen Ein- und Ausschalter und schon richtet sich das Gimbal wieder neu aus und hat euch dann auch wieder im Fokus. Ihr müsst auch darauf achten, dass eure Bewegung nicht zu schnell ist. Sofern ihr also jetzt irgendwie rennen solltet in euren Videos, wird euch dieses Gimbal nicht verfolgen können. Ihr müsst einfach langsam in Schritttempo laufen, dann kann euch auch diese Kamera hier unten, diese kleine Linse verfolgen. Das ist möglich, wenn ihr jetzt aber wirklich sehr, sehr schnelle, hektische Bewegungen macht, kommt ihr aus diesem Verfolgungsbereich heraus und ihr könnt dann eben nicht mehr verfolgt werden. Also wie ihr schon sehen könntet, gerade für Instagram oder TikTok ist dieses Gimbal wirklich sehr gut geeignet. Wenn ihr also Kochvideos macht oder auch andere Videos, wo ihr euch bewegt, vielleicht auch Aufnahmen aus dem Fitnessstudio, da könnt ihr dieses Gimbal auch einfach aufstellen und ihr werdet eben von der Bewegung verfolgt. Ihr braucht da keine zweite Person, die euch da aufnimmt und das kann eben wirklich eine tolle Erleichterung sein, weil diese Bewegung eben gut verfolgt wird. Was man natürlich auch sieht, die Bewegung ist nicht 100% smooth, die ist also so ein bisschen leicht hakelig, sage ich jetzt mal, wenn sich das bewegt. Es hat nicht diesen 100% flüssigen Übergang, diese 100% flüssige Drehung, das kann man auch meiner Meinung nach für 20 Euro nicht erwarten, aber es hat eben diese besonderen Einstellbereiche. Also man merkt immer so einen leichten Hagler, das ist klar, aber das finde ich persönlich jetzt nicht schlimm, denn wenn die zweite Person mit einem Smartphone filmt, würde das am Ende wahrscheinlich auch nicht anders aussehen. Und so hat man eben hier wirklich eine tolle Arbeitserleichterung und für 20 Euro, finde ich, ist das schon bemerkenswert, was man hier auf die Beine gestellt hat. Ihr braucht im Übrigen für dieses Gimbal auch keine weitere App, also wie gesagt, einfach einschalten, das ist ein komplettes Standalone-Gerät. Ihr braucht dazu nichts weiter außer euer Smartphone zur Aufnahme und eben dieses Gimbal. Also wirklich sehr, sehr einfach. Von daher, das soll es jetzt auch von diesem Auto 360 Grad Face-Trekking-Gimbal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr könnt ja auch mal einen Kommentar hinterlassen, was ihr von diesem Gimbal für 20 Euro haltet. Ansonsten, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.